Show me the way you... Alter... Ich bin so richtig schlecht geworden, also richtig abartig... Hohoho, Kopftreffer! So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny Online. Diesmal habe ich mir ein klein wenig anderes Konzept zurechtgelegt. Und zwar, während ich jetzt immer schön cutten die ganze Ladezeiten, da es bei der GTA Online Folge zu so langen Pausen kam, dass ich mir gedacht habe, ich fange an zu weinen. So, als allererstes nehmen wir wieder einen Konflikt. Ich muss euch schon mal darauf hinweisen, ich bin noch schlechter wie das letzte Mal, da ich zwischendrin jetzt eine Pause von was weiß ich wie viele Wochen hatte, wo ich dann immer was anderes zocken musste in Anführungsstrichen. Deshalb werdet ihr gleich sehen, dass ich so richtig kacke geworden bin. Ich habe mich zwar etwas aufgerüstet gehabt, das letzte Mal noch, aber... Ja, ich habe vorhin geweint. Das werdet ihr natürlich gleich sehen, warum. Erstmal kurzer Cut, bis es losgeht. So Leute, es geht nun los! Wir sind, so wie ich hier gerade lesen kann, auf dem Mars, der Zeitmesser, was auch immer das ist. In der Meridian-Bucht, yeah. Da werde ich euch jetzt das erste Mal zeigen, wie scheiße ich geworden bin. Da, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Ah, rechts hinten, da stehe ich. Schön, dass ihr immer so viel Zeit habt, um zu schauen, wenn ich das sage. Alles klar. Geht los, ich glaube ich kenne die Map nicht mal. Ich folge einfach mal den hier. Ihr kennt euch bestimmt aus! Oh Scheiße, da sieht ich schon welche. Wuhu, hier geht's voll ab! Oh! Alles klar, assistiert habe ich schon mal. Das ist schön. So schlecht bin ich gar nicht. Ich bin einfach mal kackt. Ja genau, leg du ihn um, denn wollte ich verdammt! So, geht's ab! Jetzt wird mal richtig schön, das Feuer hier öffnet. Jetzt geht's ab, jetzt wird richtig ge... Miep! Alter! Okay! Ja, genau, so, schon bin ich tot. Alter, da sind drei Stück, wollt ihr mich alle verarschen? Gleich wieder rein und ab geht's! Ab geht die Lucy! Na, da fliegt schon wieder das Feuer herum, das ist ja... Alter! Leute, die Map ist glaube ich gar nicht mal so groß. Irgendwie landen alle auf dem selben Punkt. Ich bin total verzweifelt. Petzt mir gerade richtig fest in den... Alter! Leute! Das gibt's da nicht! Kacke! Auch noch ein Kopfschuss, verdammt! Ja. Wie gesagt, ich bin gar nicht mal so gut mehr. Ich war früher mal etwas besser, was heißt früher, vor ein paar Wochen. Wie man sieht, in meinem Alter, viel zu alt wieder, kommt man zuerst mal raus! Toll, assistiert! Nicht mal den Kill selbst bekommen, verdammt! Aaaaah! Boop, boop, boop! So! Ja genau! Der legt irgendwann meine ganzen Jungs um! Alter! Alter! Hör auf da rumzuspringen! Oh, ich hab ihn bekommen! Yeah! Ich hab nen Kill! Ich hab nen Kill! Oh, Scheiße! Da kommt jemand, der will mich kennen! So! Na, Klitschberger oder wie auch immer du heißt! Klitschi! Alter! Das gibt's doch alles nicht hier! Oh, toll! Genau! Schmeißt doch gegen die eigene Wand hier! Da hinten hat er das andere rumgeschlichen! Wo bist du?! Oh, Scheiße! Mehr, das und mehr, das! Jawoll! Der Wicke! 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 So! Ähm! Ich muss alle beweisen, aber immerhin führen wir noch! Aha! Das ist doch schon mal was! Natürlich nur dank meiner überzeugenden Glanzleistung! Da schleicht sich wieder irgendjemand an! Wo? 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 Ich find's einfach nur noch traurig! Muss ich echt sagen! Wo? 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 Ja, da! Glitschberger! Scheiße! Scheiße! Nein, Glitschberger! Bleib mir fort! Der Typ hat nämlich so eine scheiß Superattacke eingesetzt, Mann! Der ist... Nein! Das sind zu viele! Das sind eindeutig zu viele! Schwere Munition! Na, scheiß Granaten hier jedes Mal! So! Show me the way you! Alter! Ich bin so richtig schlecht geworden, aber so richtig abartig! Oh, oh, oh! Kopf Treffer! Ich bin so richtig, dann! Ja, oh, 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 oh! Und das hat nicht richtig gemacht! Aber ich bin so ein bisschen über die Erkrankung! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! ich nur noch guter moment abpassen wo viele leute auf einem haufen und dann kann ich loslegen der tapfer leute aber ich bin wieder drin assistiert man sogar jetzt hole ich wieder auf leute jetzt bin ich wieder drin ich spüre ich spüre ich bin jetzt auch leicht falsch verstehen aber ich spüre mal dass ich drin bin wo seid ihr und das ist unsere granate vom gegner wollte der steckte der hunde sohn hat er mich doch glatt weggesleitet der scheiß schrubblinde ich bin nur noch letzte das ist aber nicht schön mensch ja gut wo sind die bastarde ich brauche einen haufen einen haufen damit meine power auch voll zur geltung kommt meine übelste krasse super attacke hallo applaus applaus danke ich glaube es geht rund hier die totale granate ich glaube irgendwie das leben so was wäre da war noch einer voll die schlacht hier im gang wow okay ich glaube es wird zeit meine super auszupacken so langsam wenn die noch alle an dem fleck sind ich meine lauter totenschädel das ist schon ein eindeutiges teilchen dass sie hier an dieser stelle sein könnten klatsch bürger hat mich getötet die klitsch klitsch bürger allein der name ist doch schon bestimmt dass er darauf geht toll haben auch noch gewonnen und ich kann nicht nur meine schöne super attacke richtig ausleben müssen noch schnell kurz ein bisschen tanzen da 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 toll watten rotz ich habe ja eigentlich gehofft dass das ganze ein bisschen schöner hier gestaltet werden kann aber nein Natürlich nicht Alles klar Letzter Cool Ganz toll Bin ich ja total happy Richtig schön Gut Ja Sollen wir nochmal einen Konflikt machen Nochmal oder Gehen wir mal kurz raus und Schauen wir uns mal kurz an was es noch so alles gibt Denn es gibt ja noch verschiedene andere Optionen an Multiplayer Games Bei Destiny Online Da spielen Rift Bedeutet Du musst das andere Ähm Ähm Ja Andere Team Ihre Basis abfackeln Das wäre ganz cool Ich glaube das mache ich auch Vor allem weil es hier unten Wie man sieht Eine Mission gibt wo ich 15 Legitäre Marken bekomme Deshalb wäre es schon ganz cool Also nehmen wir das einfach mal Level Vorteile deaktiviert Alles klar Das ist gut So Nehmen wir das Dann würde ich sagen Tue ich jetzt äh Wieder cutten Bis das ganze hier wieder schön Geladen ist Damit ich Auch mehr Spiel Wie Standby Zeiten hier in dieser Folge habe Also dann Gibt es mal hier wieder schön einen Cut Und machen dann hier weiter Auf dem Phobus Was auch immer das ist Den Planeten habe ich schon nie gehört Ha Schwarzer Schild Die Map hatte ich ähm Das erste Mal wieder nach Dieser langen Zocker Pause Dann habe ich total versagt Jetzt habe ich angefangen zu weinen Und jetzt darf ich das auch noch hier aufnehmen Toll Da freut sich natürlich das alte ähm Gekränkte Zockerherz Wo stehe ich diesmal Ganz rechts Alles klar Gut Vielleicht konnte ich diesmal rechtzeitig hinstehen Also klar wir haben Rift Bedeutet wir müssen den Pucken einsammeln Und das Gegner rift entzünden Alles klar Ist soweit Ich weiß jetzt schon Dass ich wahrscheinlich direkt Jetzt drauf gehe Wo ist überhaupt dieser Funke Soho Alter Abgestürzt oder was Toll Der andere ist immer gleich tot Ganz toll Der Funke ist alt Nimm ihn Für Jawoll Alter Wo ist der Funke Da hinten Scheiße Rettet den Funken Toll Hey Junge Gut Wenigstens wurde er gestoppt Das ist ganz schön Warum dauert das so lange Mit dem Wiedereinstieg Ich muss hier rein Ich muss was Wo ist eigentlich unser Rift Da Okay Ich muss unser Rift verteidigen Und den Funken holen Fünke wird aufgerufen Wirst du ihn verteidigen Das ist aber schön Ich hoffe dich Hinten ist der Funke Oh oh Da will jemand schon gleich den Weg freimachen Für den Rift Alter Tricks Tricks Trix Oh der Tobik bist du das Nimm den ersten Bustaden vom anderen Und den letzten Na Hat man weiß die Junge Wo ist der regnerische Läufer Feindlicher Läufer nähert sich dem Rift Alles klar dann lass mich mal hin zum Rift dann wird jetzt alles umgeballert was mir in den weg kommt nur die frage wo ist der verschissene läufer ist er das ich glaube der leuchtet also ein bisschen oder vielleicht war das doch keine ahnung auf jeden fall hat er nicht erreicht wir die liegen hinten so wie es immer ist wie es sein soll wenn ich mitspielen oder oben steht eine ganz toll vom geläht Bastard um Scheiße da vorne knallt jetzt mal richtig am funken weil die wollen ja alles logischerweise das war aber so aussieht nicht der läufer verdammte scheiße ja was bedeutet wir sollten mal lieber zurück zum rift hier und das ganze verteidigen da ich keine ahnung habe wo der typ ist stoppt diesen jungen ja wie wäre es eigentlich alter leute wo der schuss junge aufgeladen funke wird geladen das ist schön wie wäre es eigentlich mal mit der aktion dass wir mal die funken nehmen und den er wird anstecken nicht nur mit die versuche bei uns alter jetzt jetzt hektar als internet oder was alter leute ich muss rein ich muss hier helfen leute immer bin ich nicht letzter so ein fortschritt man der feindlich läufer hat immer wieder das schlimme ist dass es immer punkte gibt für den für das team wenn jemand den punkten hat und das ganze geht über zeit je länger den punkten hat desto mehr punkte bekommen die weshalb wir hinten liegen schön ne ganz ganz toll aber wieder hängt ich mein internet oder der typ hat so ein so ein bug sich irgendwo runtergeladen damit er immer schön springt nein 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 ein jahren werden erhört das andere 420 punkten der punkte der punkte gutes deutsch gut deutsch wo ist diese verschwenden wir haben schon 7 9 das kann sein wahr sein komm geht ihr den Prozent den anderen jagen ich bleib hier ich habe eine super attacke ich stoppe den auf jeden fall feindlicher läufer zu feige gut schön das ist schön ich bekomme das hängt doch alles hier alles nur noch am lecken hier oder was menschens kinder wo die alle lecken oder wie diese sendung ist die jugendliche unter 16 jahre nicht geeignet bitte schalten sie im falle eines alles wenn nicht den plus erreicht diese folge hier direkt ab denn ansonsten könnte es noch nicht so schnell nicht so schnell nicht so schnell wo wo läufer nähert sich dem rift sie haben euren funkeläufer bezwungen nein ihr säcke amoklau ok aber immerhin von 600 noch was auf 1155 das war schon mal nicht schlecht ne ähm ja nur war ich jetzt leicht gereizt weil sie ihn aufgehalten haben das kann nicht sein da habe ich schon alles gegeben alles alles ich habe mein Leben dafür hergegeben und nein sie halten ihn auf der funke ist eingetrafft alter jetzt schon wieder ah scheiße nein 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 halt ihr ihn auf ich mach die scharfschützenfraktion an mir kommt er nicht vorbei haha alter oh nein 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 scheiße penner ihr dreckigen ihr verfluchten hundesöne scheiße ich steh genau im funken ding ha na schon mal was von ja tja ne ähm von im a gehört missing in action das war ich ach was ob ich sammeln bestimmt schon wieder die Gegner hin ein dann könntest du schon wieder sowas von abreihen wow Leute ich glaubs nicht verdammte kacke bleib mir vom laus du wichser du kleiner pender Ah, jetzt klingelt es schon wieder an der Tür. Leute, es hat gehe ich viertel vor und es ist 43. Also immer schön locker bleiben hier. Alles klar. Ähm, yo. Yo, yo, yo. Ah! Alter! Schon wieder ist es Rockwolf. Was ist denn mit dem? Was läuft mit dem falsch? Leute, mal ohne Scheiß. Irgendwas hat der Junge doch eingeschmissen hier. Ich kriege ihn. Nein, ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht. Ein kleiner Pendler mit einem Scharfschützengewehr. Und der hat mich auch noch bekommen. Wow! Leute, Leute! So. Jetzt hole ich mir den. Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Faltes Gewehr. Gut. Ah. Bleib mit der Scheiß-Sandgranate weg, du Pisser. Oh, ho, ho, ho. Habe ich jemanden? Alter. Der hat mich. Haha, verdammt. Juh, juh, es geht schon wieder los. Die Tränen, sie laufen, sie laufen. So, Leute. Da kommt schon wieder jemand, so wie es aussieht, denn alles in Tod. Oh, verdammt. Das ist der Typ mit dem Funken. Nein, 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 nein. Ihr Eldenpenner. Ja, doch, es hat sich geschafft. Das erste Mal hat es jemand geschafft. Und dann natürlich nicht wir. Egal. Noch ist nichts verloren. Auch wenn das Ganze nur noch zwei Minuten und elf geht, das Spiel. Noch ist nicht alles verloren. Habe ich ihn, habe ich ihn. Yeah, ich habe ihn. Oh, scheiße, ist noch einer. Ihr seid elde, verschissen. Penner, halt auf. Die ganze Zeit da mit irgendwelchen Scheißen an mir zu werfen. Ah. Einfach zu viele gewesen. Mal wieder, schon wieder zu viele. Genauso wie ich immer zu viel bekommen. So, in der Kacke. So. Schützt unsere Basis. Wo? Wo ist der Penner? Wo soll er mal herkommen, der Wechsel? Ja. Da kommt gleich jemand, so wie es aussieht. Ähm. Italiener, alles klar. Merke ich mir. Den schnappe ich mir. Alles. Gut, so wie es aussieht. Ist das hier jetzt auch vorbei? Haben schön verloren. Wie es sich so gehört, ne? Ähm. Die 15 Marken habe ich zum Glück trotzdem bekommen, weil die bekommt man selbst nur für die Teilnahme. Würde ich sagen. War's das für heute. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Macht's gut und haut rein. bis heute. Hö'n gut. Bis jetzt.